Heute wollen wir uns mal mit dem Sennheiser MKH416 beschäftigen und mit der Frage, ist das ein gutes Mikrofon für VoiceOver? Und zum Vergleich habe ich das Schöps CCM4.1, also die Superniere von Schöps mitlaufen. Ich bin von beiden Mikrofonen so circa 35 cm entfernt. Und ich denke, wir sind uns einig, wenn wir jetzt nur den Klang meiner Stimme jetzt hier so beurteilen, würden wir sagen, ja, tolles Mikrofon, gut für VoiceOver, check, nehmen wir, oder? Okay, ich gebe dir aber jetzt drei Gründe mit an die Hand, die dich vielleicht nochmal ins Nachdenken bringen. Wenn du eins hast, wunderbar, behalte das. Vielleicht helfen dir meine Tipps, das noch ein bisschen besser einzusetzen. Wenn du noch keins hast, überleg es dir nochmal. Der erste Grund, weshalb ich es nicht für VoiceOver benutzen würde, steht auf der Website von Sennheiser. Die sagen nämlich, im Englischen übrigens noch deutlicher als im Deutschen, dass es ein Mikrofon für draußen ist. Wieso jetzt das? Das Mikrofon ist ein Richtrohrmikrofon. Das heißt, es ist deutlich länger als normale Mikrofone, hat so Lamellen und funktioniert nach dem Prinzip der Interferenz. Ganz grob gesagt, Schallwellen, die genau von vorne durch das Rohr auf die Membran treffen, die übrigens im hinteren Teil des Mikrofons sitzt, werden super sauber und gut übertragen. Wenn ich jetzt mehr zur Seite gehe und reinspreche, werden bestimmte Frequenzen durch die Lamellen hindurch abgelenkt, umgelenkt. Und wenn sich zwei Frequenzen begegnen, einmal Druckmaximum, einmal Druckminimum, löschen die sich aus. Die Frequenz, ab der das passiert, ist abhängig von der Länge des Richtrohrs. Das ist ein relativ kurzes Richtrohr. Das heißt, es wirkt erst ab ca. 2000 Hertz. Und 2000 Hertz, das ist keine Stimme der Welt, hat 2000 Hertz als Grundton. Das heißt, es sind alles Obertöne, ab der das Mikrofon überhaupt erst wirksam wird. Und bis dorthin, bis also das Richtrohr seine Wirkung entfaltet, hat das Mikrofon ganz normal eine Supernierencharakteristik, wie das Scherps-Mikrofon auch. Okay, wenn wir also jetzt Voice-Over-Leute sehen, die das haben und die das halt so von der Seite besprechen, haben wir theoretisch gerade gelernt, dass die hohen Frequenzen ab 2000 Hertz, also die Sprachverständlichkeit, also alle Stoß- und Zischlaute, abgedämpft werden oder weniger stark aufgenommen werden. Das heißt, der Klang wird dumpfer. Ist es wirklich so? Probieren wir es aus. Das ist das Sennheiser MKH 416 On-Axis. Und jetzt bewege ich mich, während ich spreche, langsam in die Off-Axis. Und bin gespannt, wie sich der Klang verändert, ob das hörbar ist oder nicht. Wenn ein Richtrohr wirklich auch bis zu den Grundtönen, zum Beispiel meiner Stimme, wirksam sein sollte, müsste das dreieinhalb Meter lang sein. Dann geht es bis 100 Hertz runter. Und das ist natürlich unrealistisch oder sehr unpraktisch zu bauen. Und dieses Interferenzprinzip, was eigentlich ein total tolles Prinzip ist, hat in Innenräumen nochmal einen ganz signifikanten Nachteil. Wir haben gesagt, bestimmte Frequenzen treffen sich in dem Rohr und durch die Länge und durch die Lamellen treffen die sich teils gegenphasig und löschen sich somit aus. Das ist wunderbar, wenn ich zum Beispiel hier reinspreche und gleichzeitig zum Beispiel da ein Lüfter läuft von einem Computer. Dann kommt der Schall von der Seite und wird entsprechend gedämpft. Wenn ich jetzt in einem Raum aufnehme, der nicht perfekt bedämpft ist, habe ich einmal meine Sprache, die direkt in das Rohr hineingeht und unverändert aufgenommen wird. Ich habe aber auch gleichzeitig noch Reflexionen von der Wand, von der Decke und vom Fußboden. Und die treffen auch auf das Rohr. Wir haben ja gesagt, Schall, der von der Seite kommt, löscht sich ab bestimmten Frequenzen aus. Und das kann zu ganz merkwürdigen Effekten in Innenräumen führen. Gerade längere Richtrohre, die schon ab tieferen Frequenzen wirksam werden und in Räumen benutzt werden, die zum Beispiel gar nicht bedämpft sind, also in Filmen zum Beispiel, in Innenräumen, in ganz normalen Innenräumen, haben dann ganz komische Auslöschungs-Phasing-Effekte, die aufgrund der Interferenzwirkung des Richtrohres zustande kommen. Wenn du allerdings einen perfekt bedämpften Raum hast, dann ist das kein Problem. Aber dann stellt sich eh die Frage, warum du da ein Richtrohr benutzt, weil man würde das ja eigentlich benutzen von der Intention her, um möglichst Störschall auszublenden. Dann haben wir noch den Faktor Größe. Wenn ich eine Werbung einspreche mit ein oder zwei Sätzen, ist es kein Problem, wenn das Mikrofon direkt vor meiner Nase ist, weil die zwei Sätze, die werde ich irgendwann auswendig können. Wenn ich ein Hörbuch einlese, möchte ich freie Sicht haben auf das Buch oder auf die DIN A4-Seiten oder auf den Computer. Und wenn ich dann so ein 25-30 cm langes Mikrofon noch irgendwie dahin basteln muss und es von vorne besprechen können muss, habe ich logistisch ein größeres Problem, als wenn ich so eine kleine Superniere habe, wo es unproblematischer ist, wenn ich ein bisschen zur Seite hin abweiche, weil der Klang zwar leiser wird, aber sehr gleichmäßig über alle Frequenzen hin leiser wird. Und das habe ich bei dem Richtrohr nicht. Das Richtrohr ist natürlich nach vorne hin sehr empfindlich und direkt zur Seite hin wird es immer weniger empfindlich, hat dann aber an den Seitenbeulen und auch hinten eine recht starke Beule, wo wieder eine höhere Empfindlichkeit ist. Das heißt, wenn da an der Seite was ist oder hinten entweder die Wand den Schall reflektiert oder da vielleicht der Lüfter ist vom Computer, muss ich da wieder aufpassen, dass ich das nicht in der Aufnahme habe. Da ist eine Superniere etwas unkritischer. Wenn du allerdings jemand bist, der auch Außenaufnahmen macht, vielleicht Interviews mit Leuten oder einen Podcast einfach draußen aufnimmt, weil es nett ist, dann ist das ein richtig tolles Mikrofon. Und dass es gut klingt, wenn man es von vorne bespricht, darüber brauchen wir uns nicht streiten. Du kannst es dir gerne mal anschauen. Ich habe es dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du das Video likest und meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal.